Hi. Wie du siehst, ist das kein normales Video wie eigentlich. Ich mache dieses Video wegen einem bestimmten Twitter-User, aber da man da ja keine Videos hochladen kann oder irgendwelche Sprachen, zumindest weiß ich nicht, wie, habe ich jetzt einfach ein YouTube-Video draus gemacht. Und Tongtwister ist gleich Zungenbrecher. Ich mache englische Zungenbrecher, weil ich laut meinen Englischlehrerinnen und Mitschülern echt gut war. Und er wollte es natürlich auch wissen, als ich das mal auf Twitter gepostet habe. Also ist dieses Video jetzt deswegen entstanden. Viel Spaß, falls es euch auch interessiert. Three witches watch, three swatch watches. Witch, witch, watch, witch, swatch, watch. Switch, witch, watch, three swatch watches. Witch, 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 watch, witch, watch, switch. Three swedes, switch, switch, watch, three swedes, watch, watch, switches. Witch, switch, witch, watch, three swedes, watch, switch. So, das war es dann wieder für dieses Video. Also dann bis denne oder so. Bye bye.